Sie hebt einen Finger, doch zunächst müssen wir diesen gerissenen Eindringling aufspüren. Du wirst einige persönliche Fragen beantworten, während ich Anpassungen vornehme. Sagali tätscht ihm den Arm. Keine Sorge, wir werden gewiss nichts davon hören. Alof windet sich auf der Couch. Nun gut. Sie hält das Sichtrohr an ihre Augen und betätigt einen Knopf. Fangen wir an. Erzähl mir etwas Persönliches, etwas aus einer Zeit vor deiner Erweckung. Äh, es gibt nichts zu erzählen. Ich war ein ganz gewöhnliches Kind im Sif-Wald. Er blickt dich an. Ein Ausdruck ist vollstummer Skepsis, unter der sich jedoch die harten Kanten der Besorgnis am Zeichnen. Welche Erinnerung hast du an dein Zuhause? Als du mit Alof sprichst, spürst du deine Stimme wie eine Glocke in deiner Brust. Sie schlägt sanft und lockt ihn in die Nebel seiner eigenen Erinnerung. Besag scheint nichts zu bemerken, doch du spürst, wie deine Worte seine Essenz besänftigen und ihre vielen Fäden entwirren. Er schließt die Augen. Gemütlich, bescheiden, ruhig. Wenn Mutter fort ist, was sie fast immer ist, ruhig genug, um das Klirn von Glas auf Holz zu hören, dann weiß ich, dass ich besonders vorsichtig sein muss. Vater versteht es gut, die Flasche zu verstecken. Mutter, wenn sie zu Hause ist, versteht es gut, sie angeblich nicht zu sehen. Das ist gut, ich beginne etwas zu sehen. Fahr fort, erzähl uns von deiner Erweckung. Sie beißt sich auf die Zunge und dreht an einem ihrer Knöpfe. Ich bin in meinem fünften Ausbildungsjahr. Mutter ist zu Hause. Ich kann ein wenig durchatmen, wenn sie zu Hause ist. Für gewöhnlich ist er nur auf sie wütend. Aber er hat gehört, dass ich Schwierigkeiten damit habe, Geschosse zu wirken. Dass meine Flammschilde instabil sind. Er ist zornig, dass ich versagt habe und Mutters Anwesenheit erinnert ihn daran, dass auch er versagt hat. Der erste Hieb überrascht mich. In einem Moment fege ich noch die Küche. Im nächsten liege ich auf dem Boden und blicke dumm auf die Flecken meines Blutes auf den Fliesen. Seine Stiefel frisch poliert klacken über dem Boden. Er tritt mir in den Bauch und ich rolle mich zusammen, um meine Organe zu schützen. Aber es ist sinnlos. Wenn ich einen Teil meines Körpers beschütze, lasse ich einen anderen ungeschützt. Ich ziehe mich so schnell wie möglich zurück, noch immer am Boden kauern. Ich ziehe mich zurück, bis mein Blick auf die Küche und meine eigenen zitternden Knie nichts mehr als ein Nadelkopf vor einem Feld aus tiefem Schwarz. Bis mein Blick auf die Küche und meine eigenen zitternden Knie nichts mehr ist. Naja. Sein Kiefer verkrampft sich und seine Augen zucken unter seinen Lidern. Matiko Besarge dreht hektisch an den Knüpfen an ihrem Sichtrohr. Er hat sich durch diese alten Erinnerungen selbst hypnotisiert. Du musst ihn aufwägen schnell, ich habe es fast. Alofs Handrücken. Du bist in Sicherheit. Es ist alles gut. Alof reißt die Augen auf, aber der Ausdruck in ihm ist nicht der seine. Nie ist er sicher, wenn ich da bin. Besarge atmet scharf durch die Zähne ein. Das ist es. Ich sehe einen Wandel in seiner Essenz. Es verteilt sich etwas und gerinnt. Sie blickt sich über das Sichtrohr an. Sprich weiter. Er scheint auf dich zu reagieren. Was führt dich hierher? Knackende Knochen und zornige Stimmen. Das warme, seropartige Gefühl, das sich im Magen zusammenbraut, wenn ein Konflikt droht. Belfetto, es klackert immer wieder eine völlig eigenständige Essenz auf. Sie kritzelt auf den Seiten neben sich hasstig Notizen auf und dreht sich wieder an einem Knopf am Sichtrohr. Jetzt versucht sie beide zum Sprechen zu bringen. Alof fragt Iselmeer, was sie tut. Iselmeer, sage Alof, warum du erweckt wurdest. Alof fragt Iselmeer. Aufs Gesicht verkrampft sich vor Zorn. Umkraut Parasitenwurm. Er fängt plötzlich an zu lachen. Du würdest... Das würdest du doch auch zu deinem eigenen Zunderzweig sagen, wenn er dich verrät. Der grinst. Sicher nicht leicht zu wissen, dass man die ganze Zeit eine Dame im Körper hat, die über einen urteilt. Gut, ja, sehr gut. Sie lässt nur kurz von ihrem Gegritzel ab, um das Sichtrohr erneut anzupassen. Ich sehe jetzt zwei eigenständige Essenzmuster. Wenn er abeppt, schwirrt das andere an. Es ist fast, als würde die erweckte Seele den Platz füllen, den er leer lässt. Sie bedeutet dir, mit einer Geste weiterzumachen. Die Feder noch immer in der Hand. Fahre fort. Alof, was ist dir denn Platz, den du Iselmeer überlässt? Iselmeer, was genau nimmst du ihm weg? Nicht mehr als ich gebe. Frag doch mal, was ich mit seinem ollen Herrn gemacht habe. Wie ich ihn an drei Stellen gebrochen habe, als er uns das letzte Mal angefasst hat. Aufs Kopf zog zur Seite. Das war nicht deine Entscheidung. Das war nie deine Entscheidung. Gar nichts wurde erweckt. Aber jetzt häng ich bei dir fest und verdampfe ich sein, wenn ich mir durch deine Feigheit alles versauen lasse. Ah, sehr gut. Sie senkt das Sichtruhe und studiert ihre Notizen. Ich glaube, ich habe endlich etwas, womit ich arbeiten kann. Ich habe Iselmeers Essenz während des ganzen Austauschs beobachtet. Sie hatte einen besonders hohen Dichteindex während der hitzigen Augenblicke des Streits und ihre Essenz schien sich am deutlichsten im unteren Teil des linken Brustkorbs der Versuchsperson zu lokalisieren. Unmittelbar bei der Milz. Was natürlich bedeutet, dass sie durch schwarze Galle ausgelöst wird. Die charakteristische Melancholie der Versuchsperson ist zweifellos schuld. Alhoff blitzelt dich an und bei all seiner Verwirrung bist du nicht recht sicher, wer aus seinen Augen blickt. Das ist doch völliger Unsinn. Sag gar nichts, Augen sind groß und unschuldig. Eines hat sie wohl doch richtig gemacht. Sie starrt ihn wütend an. Vergessen wir einfach mal die jahrelange Ausbildung. Du hast eine bessere Erklärung, nehme ich an. Iselmir manifestiert sich, wenn Alhoff in Gefahr ist oder unter Druck steht. Du bist nah dran. Ich glaube Iselmir, seine Entscheinung hängt mit möglichen Problemquellen für Alhoff zusammen. Alhoff hat recht, das ist absurd. Iselmir taucht ganz offensichtlich auf, wenn er sich bedroht fühlt. Wenn du recht hast, dann kann Alhoff geheilt werden, indem er ihm die Milz entfernt. Iselmir leuchten auf, das könnte ein Versuch wert sein. Kann er blickt zur Decke, mögen die Götter uns bewahren. Auf gar keinen Fall, er springt von der Couch auf. Es ist doch offensichtlich, er beißt sich auf die Lippen. Iselmir scheint, wenn einer von uns eine Bedrohung wahrnimmt. Und deswegen bekommt sie immer gerade zur rechten Zeit, um eine schlimme Situation noch schlimmer zu machen. Belsage kastet sich vorsichtig am Kinn und blickt zwischen dir und Alhoff hin und her. Das könnte wohl sein, sie notiert noch etwas. Ich muss das mit den anderen Forschungen abgleichen. Er entfernt die Kurfergurte. Nun, das freut mich für dich, aber was bedeutet das für mich? Belsage spielt ihre Notizenstirn und Zelt an, tippt sich mit einer Feder gegen die Wange und gibt sich große Mühe, konzentriert zu wirken. Du bemerkst jedoch, wie sie dich über die Seiten hinweg verstohlen ansieht. Iselmir versucht, dir die Kontrolle zu entreißen, wenn sie glaubt, dass du mit einem Problem nicht alleine fertig wirst. Du darfst nicht zulassen, dass sie diese Entscheidung für dich trifft. Sie hat dir doch einen Gefallen getan, indem sie sich um deinen Vater gekübert hat, oder? Ich glaube, sie versucht dir zu helfen, dich selbst zu sehr zu setzen. Vielleicht gefallen dir ihre Methoden nicht, aber solltest du es dir anhören, was sie zu sagen hat. Es scheint, als würde Isel mir einschreiten, wenn sie glaubt, so sei es in Gefahr. Es ist nur nicht ganz klar, ob das eine Hilfe oder ein Hindernis ist. Nehmen wir mal das mit dem Vater. Wenn du ihr nur halb so viel zuhören müsstest wie ich, würdest du das nicht sagen. Er blickt grimmig drein, doch du bemerkst etwas Nachdenkliches in seinem Ausdruck. Ich muss über einiges nachdenken, aber danke für deine Hilfe, Thalysa. Wer es schaß, spiegt er nicht an. Sie legt ihre Notizen auf ihren Schreibtisch und fällt sich wieder ihrem Sichtrohr zu. Nur ich hoffe, das war für dich ebenso nützlich wie für mich. Ich habe etliche Material, das es wert ist, veröffentlicht zu werden. Ganz Revoa wird deinen Namen kennen, Fentra-Alof. Seine Gemasse schmilzt zu einem tiefen Grinsen. Oh ja, die rechtschaffenden Grundsätze, Beseelung voranzutreiben, das war schon immer mein größter Wunsch. Als du dich umdrehst, um zu gehen, bemerkst du aus dem Augenwinkel eine rasche Bewegung. Beseelung vor sich hin, noch immer mit ihrem Sichtrohr beschäftigt, aber Alof fällt ihre Notizen in der Hand. Er will sie sich gerade in den Umhang stecken, als er bemerkt, dass du ihn beobachtest. Er hielt deinen Fingern, seine Lippen, seine Augen weit und flehend. Bitte, ich will nicht, dass meine Lebensgeschichte so veröffentlicht wird. Vor allem nicht nach ihrem ganzen Unsinn. Ja, das kann ich nicht zulassen. Nicht nachdem ich gehört habe, was ihr all das bedeutet. Leg die Papiere wieder auf den Schreibtisch und blick dich kläglich an. Ich werde dir nicht helfen, das zu erklären. So, es hat sich was Neues getan. Geld. Damit haben wir zweiseitig genommen, äh, abgeschlossen. Nachdem ich erfahren hatte, wie Isel mir Alofs gewalttätigen Vater die Stirn beruht, er wittigt, dass es sie hilfreich sein könnte, als es Alof hilfreicher sein könnte, als es Alof bewusst ist. Er benahmt sich misstrauisch, aber ich glaube, dass er über die Angelegenheit nachdenkt. Hier habe ich nichts gewonnen. Aber wir haben ein paar Stufenaufstiege. Gut, dann machen wir das mal. Erstmal einen Punkt in Mechanik für mich. Erstmal, so. Ja, unbelasteter Glaube. Da ich noch keinen negativen Glauben habe, brauche ich das eigentlich nicht. Seltsame Gnade. Wer der Paladin Leute besiegt. Und das sind alles wieder Ja, Erholung des Veteranen. Dadurch kriege ich wie bei einem Krieger Sachen, größeres Handauflegen. Kann ich zweimal pro Begegnung Ich glaube aber ein tiefer Glaube wäre besser. Bei Offensiv, Defensiv brauche ich glaube ich nicht so wirklich. Und Unterstützung will ich erstmal auch nichts. Herz des Sturms Schockschadenreduktion Geistesverfalls Nö, bleiben wir bei tiefer Glaube So Geht er als nächstes Was geben wir dir? Wir werden erstmal mit zwei Punkten Heimlichkeit Wobei Wissen brauchst du nicht so sehr Du kriegst Überleben weiter Stelle Wiederherstellung Rate der konstanten Erholung Oder kann ich dir vielleicht Stellung halten Ja, Stellung halten Wäre für Ideen nicht schlecht Dass er mehrere Ziele binden kann Vorsichtiger Angriff Überlegene Abwehr Ne, Stellung halten Mehr Ziele binden ist immer gut Für Ideen So Sagani kriegt ein Level ab Ähm Athletik und Heimlichkeit Teuflischer Gefährte Genauer verwundener Geschuss Treuer Gefährte Und Gnadenloser Ich würde sagen Teuflischer Gefährte Ein Waffenschwerpunkt Hat sie Scharfschütze Wäre Auch nicht schlecht Schütze Mh Bringt hier nichts Weil sie führt Ein gebogen Äh Ein gebogen Ja Ein Bogen Das bringt auch nichts Durchdringender Schuss Nee Defensiv Unterstützung Schuss aus der Bewegung Der Regenerationsmeister In der Bewegung Wird für Fernwaffen Reduziert Ehrlich gesagt Bin ich eher mal Für den teuflischen Gefährten Das Ito mag Mehr Schaden macht So und jetzt noch Alov Ein Punkt in Athletik Ich darf einen Zauber auswählen Verwundbarkeiten bloßstellen